Die Blender-Version 4.4 kam gestern am 18. März 2025 heraus und wir wollen mit dem Update heute die Serie aktualisieren. Wir laden uns Blender 4.4 herunter. Ich zeige dir, wo du es finden kannst, was es Neues gibt und wann die 4.5 kommt und wie du natürlich den Entwicklungsfortschritt verfolgen kannst. Denn ab heute heißt es, herzlich willkommen zu Blender 4.4 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und du kannst wie immer dem Video gerne einen Like geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und Fragen, Feedback und Meinungen zu den Videos immer gerne in die Kommentare schreiben. Und schon geht's los. Genau wie im ersten Video zur Serie beginnen wir auf der Blender-Website. Denn jetzt finden wir hier eine Katze in einem Aquarium und hier haben wir Blender 4.4. Action Packed and Feature Filled. Das heißt, es gibt wahrscheinlich sehr viele Dinge, die neu dazugekommen sind. Wie immer gilt, wir können uns anschauen, was da drin neu enthalten ist über den Button What's New. Aber das machen wir gleich erst. Zuerst gehen wir einmal hier auf den Reiter Download. Dann kommen wir hier zu dieser Seite. Und hier oben haben wir jetzt den Button Download Blender. Und zum Zeitpunkt dieses Videos steht hier Version 4.4. Wenn du das Video hier in der Zukunft sehen wirst, dann wird dort eine andere Version stehen. Vielleicht 4.4.1 oder 4.5 oder 4.6. Wichtig ist, wenn du genau für die Serie die 4.4 nutzen möchtest, gehst du hier unten auf den Button Looking for Previous Version. Denn dann kriegst du hier diese Seite und du kannst über den Button Download Any Blender hier in die gesamte Versionshistorie hineingehen, kannst ganz nach unten scrollen und findest hier den letzten großen Release eben Blender 4.4. Und dann hast du eben alle Downloads hier für Linux, macOS und Windows verfügbar. Wenn du lieber die aktuellste Version von Blender nutzen möchtest, dann bleibst du auf der Download Seite, guckst dir hier oben die Nummer an und gehst hier auf Download Blender und schon beginnt der Download ganz automatisch. Hier in der Mitte kannst du das Ganze manuell herunterladen, falls es nicht klappen sollte. Und hier unten auch freiwillig an Blender donaten und die Entwicklung damit fördern. Wenn du lieber das Ganze für macOS oder Linux haben möchtest, kannst du hier unten auch das graue Dropdown nutzen, macOS und Linux auswählen oder auch alternativ das Ganze über den Steam Launcher installieren. Denn Blender gibt es auch bei Steam. Und hier rechts erkennst du auch immer dieses ganze Artwork von der Katze. Das heißt, wir haben auch auf Steam die 4.4 Version definitiv. Meistens auch an dem großen Update Post weiter unten zu erkennen, hier Blender 4.4 Released mit über 700 gefixten Issues im sogenannten Winter of Quality Update. Und es gibt auch von Blender selbst ein Video auf deren YouTube Channel, was die großen Änderungen auf Englisch zusammenfasst. Die Kapitel sind ebenfalls da, könnt ihr auch hier unten in der Videobeschreibung einmal euch genauer angucken. Aber fokussieren wir uns mal auf die Updates und gucken mal zurück auf die Blender Startseite. Denn es gibt zwei Wege Informationen zu bekommen. Zum einen hier der What's New Button. Was gibt es Neues, darüber können wir das Ganze eben lesen. Und zum anderen kannst du auch einmal hier oben auf Get Involved gehen, dann auf Development. Dann nimmst du hier bei Make Blender oben einmal die Projects. Und wenn wir hier ein bisschen herunterscrollen, finden wir hier auch einmal die Release Status. Und zwar haben wir einmal hier zu sehen, Blender 4.4, was am 18. März veröffentlicht wurde. Und dann haben wir als nächstes die Blender 4.5 Long Term Support Version. Und da können wir mal reinschauen. Beim Blick in die Tabelle stellen wir fest, die Alpha hat gerade erst begonnen im Februar. Beta wird eben zum 4. Juli betreten. Release Kandidaten gibt es ab dem 9. Juli. Und geplante Release für die 4.5 ist am 15. Juli 2025. Ihr könnt auch hier unten dann eben die typischen GitHub-Issues euch angucken, was sich hier ändert, was gefixt werden soll. Und ihr habt das wie gewohnt verfügbar. Genauso auch wie bei der Godore Engine. Ansonsten alle Issues, die euch in Blender auftreten, alle Fehler, die ihr habt, auch hier oben über den Reiter Issues wie auf GitHub hier oben einfach suchen. Gibt es irgendwas beim Thema Animation zum Beispiel, könnt ihr hier suchen. Und dann wird das Ganze hier gefiltert. Und ihr könnt euch hier alles angucken, was andere für Probleme haben. Die Meilensteine eben sind hier drin auch. Die 3.6 Long-Term Support, 4.2, 4.4 ist jetzt in dem Falle fast fertig. Da fehlen auch 2%. Also gehe ich mal stark davon aus, es wird noch eine Blender 4.41 geben. Dann haben wir die 4.5 Version. Und hier unten auch geplant für November die 5.0 Version. In diesem Change-Log finden wir auch für die jeweiligen Versionen einen interessanten Link. Für die 4.5, die in der Entwicklung ist, gibt es hier auch schon einen Overview of New Features and Changes. Das sind also die kommende Version. Und für die 4.4 hier oben haben wir auch hier schon Overview of New Features and Changes. Das können wir auch hier anklicken. Das heißt, das ist ein Weg, wie wir auf den Change-Log eben die Updates in der Dokumentation von Blender selbst kommen. Der andere Weg führt über die Blender Hauptseite und zwar von hier aus über den Button What's New. Und hier finden wir dann diese Website, die uns einmal alle Änderungen hier auflistet. Von oben nach unten gesehen finden wir auch einmal zuerst das Artwork, was eben auf die 4.4 Version nochmal hindeutet. Hier oben ist auch nochmal der Download-Button zum Herunterladen. Und hier kurz gesagt Zeit für ein bisschen Action. Verbesserte Animationsworkflows, besseres Modellieren, neues Skyping-Pinsel und smoothere Videobearbeitung sowie über 700 Probleme gefixt. Auf der Seite finden wir dann hier unten einmal das Showcase-Real-Video eben, was man mit den Features aus Blender 4.4 Schönes machen kann. Danach kommt das Recap-Video mit allen Features aus Blender 4.4 und danach eben einmal die Issues aufgeteilt unter dem Update-Namen Winter of Quality. Und hier haben wir einmal die Addressed Issues pro Modul, also eben die adressierten Probleme. Und zwar einmal im Bereich Animation und Rigging. Und beim Thema Rigging machen wir noch eine eigene Folge drüber. Grease Pencil hatten wir schon, hat 147 Stück. Modellierung hatten wir ebenfalls. Nodes und Physik. Zum Thema Physik wird es noch eine eigene Folge geben in der Serie. Python API und Programmieren machen wir auch noch im Laufe der Serie. VFX und Video, das werden wir auch noch behandeln. Viewport, Eevee, Render und Cycles werden auch noch eigene Folgen. Sculpting haben wir auch noch nicht gemacht, da kommen wir noch zum Lauf der Serie. Also die neuen Features nehmen wir allesamt mit. Ansonsten kommt hier nach direkt das erste große neue Feature, nämlich Action Slots. Und das werden wir auch in einem eigenen folgenden Update-Video verpacken. Deswegen, das jetzt kurz zu erklären, würde nichts bringen. Gerade weil wir auch letzte Woche das Thema Animationsgrundlagen hatten. Da gebe ich euch noch ein neues Video dazu, wenn es soweit ist. Dann haben wir eben Videobearbeitung, was viele Verbesserungen bekommen hat. Auch gerade beim Bereich Text einfügen und bearbeiten. Dann im Allgemeinen, dass auch Videos besser und schneller bearbeitet werden können. Und es dort auch einige Verbesserungen gab beim Sequencer. Dann kommt die Kategorie des Modellierens. Eben einmal Pole Position im Sinne von Polygon-Positionen. Influencer, Einfluss auf Geometrien. Verhalten beim Auflösen von Kanten und Punkten. Und dann haben wir auch hier unten schon Sculpting mit einem neuen großen Pinsel. Und zwar dem Ebenen-Pinsel. Sachen abflachen und ihr seht hiermit, hier können wir einen Körper richtig schön von ründlichen Formen abflachen zu einer geraden Straße von Schulter bis Brust. Dazu auch einige Updates dazu und noch weitere Sculpting-Eigenschaften. Dann kommen schon die UI-Änderungen im Rahmen von Farben, Layouts und Strukturen, sowie auch grundlegende Editor-Verbesserungen. Weiter unten finden wir auch nochmal hier macOS-Sachen mit Datei-Vorschau und alle UI-Updates in einer einzigen Liste. Das Thema Kompositor. Eben Nachbearbeitung eurer gerenderten Bilder kommt hier auch dazu. Und hier haben wir teilweise bis zu 10 Mal mehr Performance als vorher, je nachdem welche Node wir nutzen wollen. Apropos Nodes. Die Glare-Node beim Kompositor hat ein Update erhalten und das Thema Kompositor und Nachbearbeitung von gerenderten Bildern kriegt noch ein eigenes Video im Laufe der Serie. Hier unten auch noch weitere Updates zu diesem Bereich. Ansonsten kommen wir noch zu verschiedenen einzelnen Bereichen wie Geometry Nodes, eigenes Video kommt noch dazu, GITF-Format zum Exportieren, machen wir auch noch ein Video drüber, die Python-API und das Programmieren, der Cycles-Renderer, Kern der Engine und vieles mehr sind hier ebenfalls aufgelistet. Ansonsten zu guter Letzt die Credits mit auch der Liste der Entwicklern. Alle die auf Github mitarbeiten werden hier für 4.4 und auch allgemein für die gesamte Zeit seit Oktober 2002 aufgelistet. Das heißt jeder einzelne der hier seinen Teil dazu beiträgt wird hier natürlich auch mit den passenden Commits und Updates Credits gegeben. Kommen wir jetzt zur Installation. Wie gewohnt, wenn Blender runtergeladen ist, einfach den Installer starten, auf Next hier gehen, den Ort aussuchen, wo das Ganze hin soll, dann hier auf Weiter drücken und den Installer einfach ausführen. Jetzt wo Blender fertig ist, können wir hier unten den Haken deaktivieren, denn wir wissen, wo wir Blender supporten können über fund.blender.org und sonst kannst du hier auf Finish gehen und die Installation ist abgeschlossen. Beim ersten Start von Blender 4.4 kriegst du diesen Bildschirm hier in der Mitte für die erstmalige Einrichtung. Und wichtig ist hierbei, wenn du Blender 4.3 auf deinem Rechner bereits hattest, kannst du hier oben über Import 4.3 Präferenzen alle Sachen in Blender 4.4 reinkopieren. Ob du jetzt die Kuchenmenüs hattest, gewisse Einstellungen hier unten wie Sprache, Aussehen, Key Mapping, das kannst du alles hier einfach importieren mit einem Klick, da wird es kurz einen kleinen Ruckler geben und wenn dann alle Einstellungen da sind, hast du die hier auch in Blender 4.4. Wenn du überprüfen möchtest, ob noch alles genauso ist, wie es vorher in Blender 4.3 war, teste mal einzelne Features aus. Zum Beispiel, hattest du das Kuchenmenü aktiviert gehabt in Blender 4.3? Halt doch mal Tab gedrückt, bewegt die Maus und du kannst hier den Modus wechseln für das ausgewählte Mesh. Oder geh doch mal oben links in Edit Präferenzen und schau mal hier im Reiter Get Extensions, ob all deine Erweiterungen hier noch vorhanden sind, die du auch vorher in Blender 4.3 genutzt hast. Normalerweise kommen die ohne Probleme mit. Wenn nicht, geht in Edit Präferenzen und guckt euch im Reiter Interface, Viewport, Lights, Editing, Animation und Co. alles an und aktiviert die passenden Einstellungen. Ich habe im zweiten Video dieser Serie hier alle Einstellungen, die sehr wichtig sind, mal aufgelistet. Wenn du in Blender neu bist und du möchtest dir das mal angucken, schau gerne rein. Es ist zwar Blender 4.3, aber alte Sachen verschwinden meistens nicht. Es kommen höchstens neue hinzu. Wenn du jetzt ein Projekt aus Blender 4.3 öffnen möchtest, sollten die auch hier oben aufgelistet sein. Über die Datei, zuletzt geöffnet, finden wir meinetwegen hier Blender Episode 8 mit dem Grease Pencil. Und wenn wir jetzt hier Don't Save auswählen, dann öffnen wir die Blender Datei aus dieser Folge hier mit Blender 4.4 über das Thema Grease Pencils. Es wird einen kleinen Moment dauern, bis sich die Materials und Co. aktualisieren. Aber ganz wichtig ist, ihr könnt, wenn ihr das mit Blender 4.4 öffnet, nicht mehr downgraden. Also Blender ist am besten immer nur aufwärts kompatibel, nicht abwärts kompatibel. Deswegen, jetzt ist dieses Projekt in der 4.4 Version, speichelt es am besten vorher ab als Backup in der 4.3 und macht es erst dann in der 4.4 auf. Ansonsten waren das jetzt alle Sachen, die ihr wissen müsst zum Upgraden eurer Blender Version. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da, abonniert, wenn ihr mehr sehen möchtet. Freut euch auf weitere Videos rund um Blender 4.4 Neuigkeiten, Updates und ab sofort eben Blender 4.4 in 10 Minuten erklärt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.